Russland rüstet sich offenbar gegen eine ukrainische Offensive im Süden des Landes. Wie ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, unternimmt Russland derzeit eine massive Verlegung von Truppen in Richtung der drei südlichen Regionen Kherson, Melitopol und Zaporizhia. Der Berater bestätigte zudem Angaben pro-russischer Kräfte, wonach das zweitgrößte Kraftwerk der Ukraine in russischer Hand ist. Die ukrainische Armee hatte Donnerstag früh mitgeteilt, dass am Vortag bei Angriffen in der Südukraine 66 russische Soldaten, drei Panzer und weitere militärische Ausrüstung zerstört worden seien. Die ukrainische Luftwaffe habe fünf Angriffe gegen russische Stellungen in den Gebieten Bereslav und Kherson durchgeführt. Russische Artillerieangriffe hätten hingegen keinen Erfolg gehabt. US-Schätzungen zufolge musste die russische Seite indes im Krieg bisher 75.000 Verluste verzeichnen. So viele Menschen seien auf der Seite des Aggressors getötet oder verwundet worden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses. Man wurde darüber informiert, dass mehr als 75.000 Russen entweder getötet oder verletzt wurden, was enorm ist, zitierte der Sender die demokratische Abgeordnete Elisa Slotkin, die zuvor an einem geheimen Briefing der US-Regierung teilgenommen hatte. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hatte zuletzt geschätzt, dass auf russischer Seite bereits 15.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Aktuelle Angaben der offiziellen Stellen in Russland zu Toten und Verletztenzahlen gibt es nicht.